Maximal. Maximal 130. Oh mein, 30 eher noch Orts, Digga. 200. Ich hab so das ganze Tachometer bezahlt, ich nutze es auch, Alter. Let's go, Digga! Ich hab 30er-Schief. Erreiche Einrichtung Alpha. Außen mit euch. Einsatzte. Der Elf war grad so verwirrt, ne? Eure Sack hoch. Ja, bollend. Guck wie die MPs, Alter. Kann ich nicht die angucken? Warte, aber hier. Ich finde euch das Ding so geil. Das Menü halt, so. Keine Ahnung, wie wir das Ding verfehlen. Stimmt, ich muss Zombies noch im Nahkampf töten, ne? Er muss 50 Stück eliminieren. Digga, was machst du? Ja, der ist kein Profi wie wir, Anderman. Ja. Ja, sag ich ja. Welch ist dieser Major Carver, bitte? Keine Ahnung. Aber du musst mal aufpassen, da sind immer andere Leute, die was anderes sagen. Das ist richtig krank. Das ändert sich an dauernd. Tausend Schrott kostet der Affe! Ja, moin. Du musst mir Strom entschalten. Leid, ich muss alle verprügeln. Ja, guck mal, du hast halt so ein Missionsding, wo es dir angezeigt, wo du hingehen musst. Müssen einfach nur folgen erstmal. Erstmal die Zombies im Nahkampf verprügeln, Digga. Die werden halt gespawnt, trappt wirst. Weg. Weg. Die Karte finde ich auch so geil, irgendwie. Das Einzige, was ich noch ein bisschen blöd finde beim Zombie-Modus, irgendwie auf Xbox Series X. Da werden irgendwie die Shaders so ein bisschen durchgeswitcht. Manchmal ist es dunkel, manchmal wieder ein bisschen heller, dann wieder dunkler, dann wieder heller, dann wieder heller. Das ist gar nicht auf dem PC. Das verstehe ich noch nicht so wirklich. Guck, jetzt ist es schon wieder dunkel. Habt ihr gerade gesehen? So bumm, jetzt ist es wieder hell. Ist irgendwie so ein bisschen, hä? Welche Games kommen heute noch aus, außer Among Us? Heute kommt keine Among Us. Warum seid ihr alle bei Among Us? Ich hab nie gesagt, dass ich heute Among Us spiele. Ja, vielleicht spielt da Among Us. Heute kommt keine Among Us, Digga. Warum? Weil ich nicht will. Vielleicht spielt da Among Us. Nein. Junge, lass mich doch mal die Typen hier verprügeln. Willst du wirklich so reinkwenden? Ja, nicht so COD heute, ne? Können wir vielleicht ein bisschen Rainbow heute später noch spielen? Nur COD, ja, Alter. Wir werden auf jeden Fall jetzt ein bisschen länger COD spielen, aber Rainbow hab ich heute auch noch eingeplant. Will ich auch noch mal ein bisschen spielen auf meine Xbox Series X, Digga. Guck, wie es aussieht. Ja, aber wir zocken jetzt nochmal COD. Ja, jetzt zocken wir jetzt mal COD. Hallo, das ist neue COD, die ist rausgekommen, ich will zocken. Ich hab 130 Euro für dieses Spiel ausgegeben, natürlich zock ich das erste Mal, Alter. Und das Spiel macht jetzt schon um vier Milliarden mal mehr Bock als Modern Warfare. Digga, Modern Warfare kannst du eine Tonne kloppen geben aus diesem Spiel hier. Hast du den Überlebensmodus in MW mal gespielt? Das ist ein wildgrößter Haufen Scheiße, die ich jemals gesehen hab, Alter. Du musst dir vorstellen, du hast einfach gegen irgendwelche Soldaten-NPCs gekämpft und die konnten durch Wände schießen und Dächer und alles. Das heißt, wir standen auf dem Dach, die standen unten und die haben einfach durch den Boden geschossen und dich erschossen, Digga. Einmal so lächerlich, Digga. Hast du eigentlich schon einen anderen Zombie-Modus gespielt? Meinst du, Leute, die es noch auf Playstation gibt? Dead Ops mein ich. Achso, ne, hab ich nicht gespielt. Das ist halt, äh, hast du in Black Ops 1 Dead Ops gespielt? Black Ops 2 hab ich Dead Ops gespielt. Was ist Black Ops 2? Ne, gibt's ja gar nicht. Irgendein Dead Ops hab ich gespielt, glaub, das war doch so eins von oben, oder nicht? Genau, das ist in Black Ops 1, glaub ich. Ich weiß es nicht mehr, das haben wir mich gespielt. Können wir R6 dann auch gemeinsam zocken? Natürlich können wir es gemeinsam zocken. Abwärtskompatibilität, oh mein Gott. Dead Ops können wir dann auch zocken. Ey, siehst du das hier, wie geil das ist, mit Taschenlampe einfach, ach, so geil. Ich liebe es, hier drinnen rumzulaufen. Das Leben wäre halt so geil, irgendwie. Ja. Level jetzt erstmal meine Pistole. Atommombe, hey. Und man kann auch Tarnungen freischalten, äh, für Multiplay oder so. Ja. Du kannst halt hier im Zombie-Modus Tarnungen freischalten, die kannst du dann überall verwenden. Genau wie du deine Waffen hier leveln kannst. Du kannst hier auch alles, alles machen, Digga. Du kannst ja auch den Battle Pass, der am 10. Dezember kommt, leveln. Falls du es mitbekommen hast. Da kommt nämlich der erste Battle Pass. Ich glaube sogar mit einer neuen Zombie-Karte sogar direkt. Das heißt, wir brauchen auf eine neue Zombie-Karte nur einen Monat geführt warten. Einfach geil, das ist einfach viel zu geil. Du brauchst es aber nix, oder? Ne, komplett kostenlos. Alle Zombie-Karten, die kommen, sind kostenlos. Alle Multiplayer-Karten sind kostenlos. Halt Battle Pass, ne? Du hast... Na, Gott sei Dank. Ich liebe das, Digga. Es ist einfach so gut, Digga. Fake Try, Mann, das geht. Geht mit deinem Prestige-Modus, das ist auch... Kommt heute noch Minecraft in RTX, geht noch nicht. Aber hier Raytracing, ne? Guck mal, hier sieht man so ein bisschen Raytracing. Guck mal, wenn ich auf den Boden gucke, siehst du immer noch diese Sachen, die reflektiert werden hier. So wie das hier zum Beispiel. Ist da irgendwie was? Das Raytracing ist aber leider in COD nicht wirklich da, weil du halt keine Karten hast, die wirklich jetzt... krass damit aussehen. Ich stehe da einfach gar nichts länger, weil ich die ganze Zeit auf den Boden gucke und Raytracing versuche zu... Ich ziehe da auch ohne Raytracing geil aus der Spieltage. Natürlich. Boah! Na Leute, ich dritte die ganze Zeit zum Nachladen. Denken aber dann voll. Yay, Level 4! Achso, nur mal Bescheid was, ne? Multiplayer-Levels für die Waffen aber trotzdem schneller. Zeit nicht gesehen. Ja, natürlich, ja. Glaubst du, ein Zombie geht wie ein normaler Spieler? Ne, halt generell. Du hast mal so ein bisschen geguckt. Du kannst halt im Multiplayer-Modus viel schneller leveln. Du musst doch mal die Waffenkiste da. Die müssen wir jetzt suchen. Weil, guck mal, du kannst ja oben zum Beispiel sehen. Guck mal, siehst du das blaue, weiße da hinten? Siehst du das weiße? Ja doch, ich hab's. Da hinten müssen wir mal hin. Da ist die Kiste, Digga. Let's go. Och man, das sieht so geil aus, wenn du hier drin... The fuck, putzt er die Wand hier wieder dicht? The fuck. Ist auch noch nie aufgefallen. Wann, zu Chagernock? Ja, ich bin schon auf dem Weg dahin. Ja, ich brauche mal. Du hast jetzt Pause. Ach stimmt, ich bin 4.000, ne? Ja, let's go, lass mal hingehen. Ich kaufe mir mal fix einen. Och, die ist die Schrotflinte, ne? Och, die Schrotflinte hier in blau. Die Galo ist mega geil. Ja, die Schrotflinte, die hab ich auch genutzt. So geil. Ne, was ist das denn hier? Selbstwiederbelebungs-Kit, holy shit, Junge! Ich hab einfach ne Selbstwiederbelebungs-Kit. Ich kann mich selber heilen, wenn ich auf dem Boden bin. Holy shit, hab ich noch nie gesehen. Das ist auch so, gell. Ah, hier ist die Kiste übrigens, ne? Oh, Kiste. Gucken wir mal bei Anderman. Tf0, du kriegst das Teddybett direkt weg, Alter. Raygun, come on! Na ja, na ja. Hast du schon Juggernaut gekauft? Ja, sicher. So, jetzt bin ich dran, ja. Gönn, baby, gönn! Gibt's wieder den Raygun? Ja. Oha! Oha! LMG! Oha! LMG! So OP! In so einem Bonus. Ja. Ich muss erstmal meine MPL erschießen. Wegen Level. Und cheat! Aber wir müssen wirklich Packy punchen. Ja, ja, aber da müssen wir halt erstmal hinkommen. Das dauert halt ziemlich lange. Bis jetzt hat noch keiner irgendwas missionsmäßiges gemacht, weil wir müssen, glaub ich, Strom voranschalten. Ja. Na, ich weiß schon, wo wir ihn genießen, aber wir haben alles nicht mehr weiter. Ja, ich hab auch keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß nur, dass ich heute früh schon gespielt hab und da hat schon einer das gemacht gehabt. Das heißt, er hat irgendwie so eine Explosions-Munition für sein Sturmgewehr gehabt, bei Pack-a-Punch. Wir müssen halt ins Labor rein, das geht. Ja. Da müssen wir erstmal hinkommen, ne? Und da ist es saudunkel auf jeden Fall. Ja, weil wir natürlich Strom noch nicht angemacht haben, da. Wir müssen erstmal hin. Hier müssen wir zum Beispiel weiter, da wo ich bin. Hier musst du freikaufen. Ja. Ja. Ach doch, im Gespräch. Pass auf. Digga, das ist das Geld, was du hier machst, aber dann einfach einen. Ne, noch nicht. Guck mal, du kriegst ja jetzt keine Fähigkeit, du kriegst einfach nur 500. Du kriegst einfach nur 500 bei dem Symbol. Achso. Achso. Das ist nicht so wie bei Black Ops 2, wo du dir dann weggeballert hast, beziehungsweise nicht mehr, aber die ganze Zeit irgendwie Bonus draufgekriegt hast. Achso. Das ist nicht so. Er muss sich auch erstmal raffen. Oh mein Gott. Doppelpunkte. Let's go. Oh. Das ist dicker LMG, Alter. Jo, leck mich. Wie dieser Strom ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Wie viele Zombies bei mir. Ich muss nicht zielen. Oh. Das hat super. Insta Kill. Let's go. Das ist so dunkel. Oh. Mach ich Kill zum Punkt. Oh. Töte Zombies in Dunkel Äther. Ja, das ist so ein Paralleluniversum. Eine Ordnung. Ja, das ist ein Paralleluniversum, wo wir rein müssen. Da müssen wir jetzt eigentlich demnächst hinkommen, wenn die Mission fertig sind. Oh, oh Gott. Schon Runde 10? Ja, okay. Werden wir nicht schaffen mit die Pack-A-Punch. Ah, da ist der Strom. Aha. Was ist das hier eigentlich? C4 nehme ich mit. Let's go. Oh nein, ich habe Eisfähigkeit hier noch drin. Ich habe nicht meinen Strom da ausgerüstet. Ah, fuck. Jawohl. Ich habe den Strom eingeschaltet. Perfekt. Ist das Pack-A-Punch? Ne, oder? Ne, ne, ne. Pack-A-Punch ist was anderes. Dafür müssen wir erstmal die anderen Dimensionen, glaube ich, ragen, um das machen zu können. Ja, ich weiß halt nicht, wie du es aktivierst. Ja, ich weiß halt nicht, wie du es aktivierst. Ja, ich weiß halt nicht, wie du es aktivierst. Ja, ich weiß halt nicht, wie du es aktivierst. Ja, wenn du da reingehst, werden wir in diese andere Dunkel-Ather-Dimension reingesaugen. Killed perfekt. Shit. Ah. Perfekt. Nein. Ah. Oh. Knapp. Ah, tschüss. Oh, ja, Mann, der, rennt rein, rennt rein. Wollen wir nicht rein, oder? Ja, renn rein. Ha? Bin ich drin? Ja. Wird teleportiert. Perfekt. So, jetzt müssen wir in die... Ah, ne, stimmt. Ah, das ist schon weg, ne? Oh Gott. Jetzt kommen wir in die andere Dimension. Sieht übelst geil aus hier drinnen, Alter. Alter, jetzt ist das bitte. Das ist die andere Dimension. Was ist das? Ja, denk, ey. Wie oft soll ich hier durch sein, das ist in die andere Dimension, das ist für Fausten. Fausten? 500? Warte mal, ich guck mal kurz, wie man die Kiste aktivieren kann, weil die ist jetzt hier unten. Kann ich hier irgendwas machen? Ne, ne? Ne, aber hier ist der Spot auf jeden Fall, wo die Kiste ist bei mir. Aber dann müssen wir jetzt irgendwas machen, um die Kiste zu rufen. Ungeschärfte Ethereum hab ich freigeschaltet. Nice. Ja, ich auch. Das ist nicht für was, aber hey damit. Immer ab 10 Runden, wirst. Ach so, okay. Ja, easy. Dann kann man jetzt ja übelst farben. Und was ist jetzt? Wir müssen uns auf jeden Fall dreimal evakuieren, Alter. Weil dann bekomme ich nämlich einen neuen Charakter. Den würde ich haben. Alter, warum ist jetzt die Musik so laut auf einmal? Weil jetzt Runde 11 ist. Jetzt wird's wild. Achso, kommst du mal zu mir? Ich zeig dir, wo die Kiste ist. Ich zeig dir, wo die Kiste ist. Komm mal zu mir? Hier da unten ist die Kiste. Hier. Hier ist das Ding. Hier müssen wir das irgendwie aktivieren. Was? Ich hab nur keine Ahnung, wie das geht. Ich hab nur keine Ahnung, wie das geht. Ja. Ich hab nur nicht, wie das geht. Irgendwas muss man da hin machen. Irgendwie muss man damit interagieren. Ich hab keine Ahnung, wie das geht. Ich schau mich mal hier unten um. Vielleicht ist hier irgendwo was. Ne, hier unten ist gar nichts. Oh! Ah! Was? Das ist ne Halbautomatik? Ich dachte, dass die AK dich hier gekauft hab. Ich bin gefickt. Obwohl, die macht good damage. Was? Was? Sehr wild. Oh, ich bin tot. Ja, keine Sorge. Ich bin pro Spieler. Ich helfe dir an einem anderen. Ja. Alles klar. Oh! Heck! Wie macht man das? Wie komm ich jetzt an den Pack? Oh, wir werden raus deportiert. Wir sind raus. Jetzt geh ich jetzt zurück in die normale Welt. Let's go! Wo? Aber irgendwie muss man den Pack a Punch machen. Ich weiß nur nicht wie. Auf jeden Fall weißt du jetzt wo das Ding ist. Und dann kann man das Ding freischalten. Oh ja. Let's go. Wo ist raus hier, Digga? Wo muss ich hin? Hier, warte. Ich aktiviere. Mach mal jetzt Exfiltration, Digga. Mach mal. Mach mal. Akzeptier mal bitte. Musst drei Evakuierungen machen, dann schalte ich den Charakter frei. Einen Spieler benötigt. Hast du gemacht? Ja. Okay, komm. Kommt, Leute. Einer noch. Wenn nicht, müssen wir da ein paar Duroten machen. Zombie Moors. Weil ich will den Charakter freischalten. Einen Skin. Den brauch ich. Dafür muss ich dreimal evakuieren. Hat nicht funktioniert, oder? Das meine ich ja zu zweit. Ja, kann man ja mal machen. Oh, Atomenbombe direkt. Ah, okay. Achso, hier muss ich machen, okay. Jetzt kommt wieder eine Umfrage. Och, man. Ja, okay. Wird wahrscheinlich nichts. Die werden das nicht annehmen. Oh, maximale Munition. Let's go. Aber ich hoffe, dass sie diese Ruckler noch patchen. Fühlt sich nämlich nicht so wirklich Next-Gen an, wenn du irgendwie die ganze Mini-Ruckler drin hast. Okay, wo ist hier? Ja, ich habe so einen Mini-Ruckler drinne. Ha! Oh mein Gott! Ich meine, ich stecke da gar nichts. Verreckt alle! Warum sind die jetzt alle gerade bei mir? Die Zombies? Ich verstehe es irgendwie nicht so wirklich. Okay. Abflug. Ach, perfekt. Alle tot. So. Ach. So. Nice. Let's go. Ja, evakuieren. Kann ich hier vergessen. Das werden wir nicht schaffen. Evakuierungsfenster geschlossen. Raptor 1 kommt später wieder. Shit, Alter. So eine Scheiße. Oh, jetzt kommt das Ding. Warte, wo bist du? Hallo. Kompakt und leicht. Prima. Du bist ein bisschen hoch. Ja, ich versuche gerade hier rauszukommen wieder. Ich muss mich gerade ein bisschen beeilen. Hey, was geht's? Ha! Junges, die kacke Scheiße! Was ist die kacke Scheiße? Ich meine, die Waffe ist scheiße. Oh! Ich muss so kurz meine andere wieder nehmen. Naja, besser. Oh! Hirnfresser am Boden. Hm. Ich freu mal hier lang. Insta-Kill. Als ob wir jetzt Insta-Kill haben, Alter. Digga, Insta-Kill ist so geil, ne? Hm. Schön Waffen leveln. Einfach one tap back. Achso, unten siehst du jetzt auch einen Counter, wie lange das noch ist, ne? Falls du noch nicht gesehen hast. Ja. Daran erkennst du zum Beispiel auch die Sachen, die länger da sind und länger bleiben. Oh mein Gott, ich hab den Zombie jetzt nur mit einem Verbündeten gemacht. Die retten grüner Zombie rum, ne? Ist meiner. Echt? Ja, ich hab so ne Kugelfähigkeit drauf von mir grade. Hirnfäule. Der ist auf meiner Seite. Der verbündet sich auch mit uns. Der tötet jetzt andere Zaunmies und so den Shit. Ist ganz cool. Hey, da oben ist man. Ist der gerade von uns abgehauen, Alter? Keine Ahnung. Hast du Feuermunition? Jetzt kommt der Fett, oder? Warum hab ich hier 10 FPS, wenn ich in die Ecke gucke? Guck mal mein Bild an. Hell? Dunkel. Hell? Dunkel. Hell? Okay, weird. Oh ne, das ist... Ich find's komisch, oh jetzt die Runde zu Ende. Oh, das ist gut. Effektiv im Nahkampf. Kann ich auch mal hier ran an der Kiste, ne? Der Runde habe ich auch mitbekommen. Der Runde hast du bekommen? Ja. Ey, wieso hast du so viel Glück? Oh mein Gott, ne Lilane! Let's go, Digge! Was, Schlussverkauf? Schlussverkauf, Digge! 10! Du kannst überall erengeln. Lass mich aber auch. Das sind jetzt überall so ne Dinger, die kosten nur noch 10, Digge. Komm. 7! Nehm's noch! Nein, ich will es nicht, Digge! Ich schmeiß doch mal Lilane in Sachen nicht dafür weg! Einer debuff ist gut. Hol den Schiff. Du kannst auch... Hinter dir! Ich habe ihn. Warte, hab ich die Waffe überhaupt freischaltet, die ich jetzt nutze? Ich glaube, ich level die jetzt einfach gar nicht, ne? Wenn ich die hier nutze. Ne? Oh, da ist's los. Weg, weg. Weg, weg. Stell dir vor, die Waffen, die wir jetzt haben, packe Punch rein und noch stärker, Alter. Jo. Perfekt. Einmal. Einmal. Hier ist die Beste bei mir. Stufe 1 der Beste. Falls du auch keine hast. Glaub keine. Komm mal her und sammle die ein. Genau hier. Das blaue Ding. Kriegst ein bisschen Schilde. Die Schilde heilen sich auch irgendwie nur, ich weiß nicht wie. Ich frage mich, wo der Bossgegner ist. Normalerweise hast du immer so einen riesigen grün leuchtenden Bossgegner hier, der rumrennt. Aber irgendwie. Kommt der nicht. Aber irgendwie. Kommt der nicht. die Dinger, siehst du die? No. Die sind hinter mir. Ah, die. Ja. Oh, die schlupfen viel. Ja. Das ist normalerweise so ein fetter Boss, nur der teilt sich dann später an diese zwei grünen Dinger auf die hier rumrennen. Oh, Headshot Damage. 400 noch was. Oh. Er ist weg. Ah, er ist weg. Nice. Perfekt. Nice. Irgendwo ist noch das zweite Ding glaube ich. Weiß noch nicht wo. Achtung, wir werden teleportiert, ne? Jo. Let's go. Vielleicht kann man das jetzt machen. Wir müssen mal gucken, ob die Packet Punch schon fertig gemacht haben. Was ist das denn hier? Munition voll, achso. Okay, das Juggernaut habe ich alles. Ich guck mal kurz, ob da unten irgendwas ist. Oh, Raketenwerfer. Ah, nee. Ach nee, ich renne da nicht hin, Decker. Was tun wir Zombies? Ist so cool, ne? Wenn du die Zombies tötest, die einfach an den Himmel fliegen. Allein. Weil die riesige Qualle hier ist. Oh, die shit. Huh. Jam, hast du heute Bock? Rainbow Six Siege Rank? Äh. Jo, können wir mal ausprobieren, ne? Was kommt noch so viele Spieler heute? Könnt ihr nichts anderes fragen? Ähm. Es kommt auf jeden Fall ein bisschen Fortnite, glaube ich, noch. Echt zumindest ein bisschen Bock drauf. Einfach wie Next Gen und so. Ein bisschen Grafik flexen und dies, das. Äh. Auf jeden Fall Zombie-Modus noch ein bisschen. Und dann, äh, mal schauen. Auf jeden Fall Rainbow. Also Rainbow, Fortnite und das hier. Nein, bitte kein Rank. Ja, wir gucken einfach mal. What the fuck ist das hier hinten, Alter? Hab ich noch nie gesehen. Holy shit. Entweder hab ich noch nie gesehen oder ist mir noch nie aufgefallen. Ich hab 13.000 Cash. Zeit zu investieren, Alter. Guck mal, das Ding fliegt hier rum wie ein Battle Pass, ein Fortnite-Tacker. Woah. Woah. Wieso findest du die Xbox, wie findest du die Xbox bis jetzt? Mega geil. Anfangs hatte ich ordentliche Probleme mit der Konsole. Die hatten mit Call of Duty, dass es nicht lief. Oder, dass meine Xbox langsamer war als die von Philipp. Und er hat die ganz alte Xbox. Aber das lag halt daran, dass das erste Mal, wenn du ein Spielstall ist auf der Konsole dauert, es hat Arschlange. Aber danach geht es halt ruckzuck. Weil er noch die ganzen Sachen aus der Cloud runterladen muss. Ich glaub ich lag grad mit 91 Schuss nach, ne? Wow. Junge, dieses Nianne Ding ist so geil. Einfach draufrotzen. Ich kotze es so an, dass ich diese Waffe nicht freigeschaltet hab und ich leveln kann. Alter, das ist so kacke. Ich rasiere so die Feinde weg mit dem Ding. Runde 15 abgeschlossen. Nochmal ungeschliffene Aetherium-Ding. Okay. Okay. Nimm's. Digga, ich brauch 50 Jahre zum Anvisieren. Was ist das? So, nimm's das Blicht dran. Geh weg, ich bin dran. Junge! Digga, das macht Ding mal gar kein Damage! Ah scheiße. Was ist das für ein Drecksniper, Digga? Verkauf die Scheiße direkt auf Ebay reinstellen. Kaum gebraucht, Digga. Nein. Ja. Hast du die Kiste weggemacht gerade? Ja. Du bist so ein Wichser, weißt du? Ich sammel die Scheiße ein in den größten Müll, den du haben kannst in diesem Spiel. Ja, ich hoffe. Damit du reingehen kannst. Was machst du, Digga? Du wechselst dich mal mit mir ab. Ich sehe nix gibt mehr. Ja klar, vielleicht hätte ich nicht so viel Pech gehabt, Digga. Das ist so ein Blödsinn. Ist eh gescriptet. Ah. Ja, gescriptet, Digga. Weißt du, wir sind nicht bei den FIFA Packs, Alter. Hier ist nicht alles gescriptet. Doch. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Habe ich alles schon. Bis jetzt ist noch keiner von uns, glaube ich, gestorben, ne? Also gedauern schon. Ach, die Kiste ist hier hinten übrigens, ne? Guck mal, wo der Strahl ist. Sie ist direkt hier hinten. Geh mal wieder ran da. Na, dann muss ich gleich zur Kiste. Lass mich ran da, denn sie will ja. Komm, gönn jetzt. Wunderbar. Oh Gott, Digga. Ich wollte grad schreien, Alter. Weil das kurz drauf stehen geblieben ist. Das muss rein. Ha. Ich renne mal kurz. So. Da, 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 da. Wann kommt vor... Nein! Gar nicht, Digga. So fragst du gar nicht, Digga. Alter, die Waffe ist so geil, ne? Das dicke LMG ist so... Und... Ja, die werden wir wahrscheinlich nicht kriegen, Alter. Ist wie ein FIFA Packs. Müssen erstmal 50.000 Euro rein investieren. Bis wir dann eine Runde Alu kriegen. Warte mal, ich spreche mal kurz die hinten auf. Damit wir einen Fluchtweg haben. Falls wir den mal brauchen sollten. Oh mein Gott, ich bin tot! Ich bin tot, Digga. Kannst du mich wiederbeleben? Andermann? Na warte. Ne, warte, ich mach schon. Ich will nicht mich selber wieder. Digga, wo ist meine Waffe, also? Insta-Kill! Let's go, Digga! Als ob jetzt hier keine Gegner mehr sind. Achtung! Digga, du hast Insta-Kill und es kommen einfach keine Gegner, ne? Wer so anzählt das Feigen. Gott, das ist so ein Strahl, Digga. Hä? Als ob ich jetzt wieder einen Juggernaut nehmen muss. Komm jetzt! Ich schau mich jetzt hier mal um, Alter. Das kann doch nicht sein. Leute, ich hab nur noch drei Schuss im Nachhinein. Prüfung initiieren. Nimm keinen Schaden! Mann, was ist das denn, Alter? Feind hat's hinter sich. Ah, den brauch ich nicht. Wo bist du, Steff? Das ist überhaupt nicht schon schnelles Nachhinein. Aber ich guck mal unten, ob der Pack a Punch da ist. Bin jetzt ganz unten, hier bei den anderen. Ich hab jetzt die 3er Panzerung gekauft. Bin jetzt Juggernaut, der ja. Äh, cool, siegeres Glast, ich verarschen. Hallo, Mali, ich geh rein. Hallo, Mali, wurde aktiviert. Irgendwas müssen wir da drüben machen. So. Ja, keine Ahnung. Irgend so ein Teil müssen wir bringen. Versuchen mal zu gucken, was das ist. Das Problem ist, hier würde ich gerne mit interagieren, aber es geht ja nicht. Scheiße. Oh, ich muss nachlassen. Oh. Oh mein Gott, zerpisst euch! Der fette Typ ist bei mir, der Bossgegner. Du hast jetzt Pause. Wer für C4? Als ob er das überlebt hat. Ich hab die 2 C4 Ladung reingedrückt, das juckt ihn gar nicht. Ich bekomme der Leergeschoss mit allem, außer ob noch ne Pistole. Kann er hinter der Munition. Ah, nehmen wir nochmal. Ach komm, hier muss doch irgendwo was sein. Spiel, gönn jetzt Munitionskiste hier irgendwo. Hier ist irgendein Geschenk. Oh Gott, gib her. Doppelte Punkte. Hier muss doch irgendwo ne Munitionskiste sein. Ich hab keinen Schuss für meine beste Waffe. Warte, Richtung, hier muss ich lang gehen. Hier ist doch einfach eine. Da ist die Kiste. Let's go, Digga. Ich halte auch mal mit meinem Ding rein. Let's go. Komm, erstmal nachladen. Ey, dieses dicke Sturmgewehr hält so viel aus, ne? Mh. Ich kann einfach so raufspringen. Du hast auch ne Goldene Varianze sogar gehabt von dem Ding, ne? Hier ist ein Äther-Tunnel. Ich geh mal hier rein. Ich glaub, hier muss ich sogar rein. What the fuck? Ich war doch nicht in so'n Ding drinne. Erfügbare Belohnheit, Belohnung, Geheimdaten, the fuck? What the fuck? Och, du würdest mich verarschen, oder was? Schalte Feinde aus, um alle wieder zu öffnen. Och, ja. Tausend davon brauch ich. Er wählt die Aufsätze seiner ausgerüsteten Waffen per Zufall aus. Ne. Digga, ja, tausend brauch ich jetzt von diesen Punkten. Ach, scheiße. Wir müssen jetzt die Runde abschließen, damit wir nochmal durchs Portal gehen können, weil keiner die Aufgabe gemacht hat, die wir da machen müssen. Müssen nochmal rein. Was ist denn das Ding muss ich mal wieder machen? Och, jetzt mal energy drink. Let's go. Hier können wir nichts machen. Aber irgendwie, ich glaub, da müssen wir uns mal ein paar Videos anschauen im Nächst. Mit dem Pack-a-Punch. Ah, jetzt können wir das Portal wieder nehmen. Müsst ihr jetzt wieder auftauchen. Scheiße. Schalte Feinde aus, um die Animuli wieder zu öffnen. Ach, als ob die Random jetzt immer kommt, je nachdem die Philegiener wir getötet haben. Okay, gut. Wollen wir uns dann ein Video anschauen oder so? Keine Ahnung, seid ihr... Ich würd gern selber herausfinden, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß halt nie, wie lang das dauert. Was war da hinten grade? Ach, die Hunde kommen wieder! Wollt da ja gar nix aus. Au. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Diese scheiß Töne spritzen mir ihre Säure einfach so in die Fresse, Alter. Verpisst euch. Ja, ich bin tot. In den Hunden hast du's nicht so raus, ne? Ich hasse die Hunde. Digga, du musst legit einfach nur rückwärts rein und schießen. Das kann er helfen. Ja, weil wir grade gegen die Hunde kämpfen, Digga, weil du am Anfang der Runde abgenippelt bist. Oh, der Bus geht erst bei mir. Ja, bei mir ist der Bus. Der ist die andere Hälfte dann. Maximale Munition, Digga, let's go, verrecke! Ich hab' ihn gleich! Hab' ihn weg, Alter! Verpisst dich! Wer bist du? Ja, okay, der FPL tut mich wieder für den. Ja, Mann. Ja, jetzt war der Boss jetzt auch bei mir. Zum Glück bin ich ein Juggernaut-Dagger mit meinen 3er-Panzerungen. Leute, die hat sich in 3 geteilt! Der hat sich in 4 geteilt! Wir haben 4 von diesen Dingern! Wir müssen hier weg, Alter! Wir haben 4 von den Dingern hier, Alter! 4! Ich glaub' wir sterben! Ja! Hinter dir sind ganz viele Zombies! Ich sammel' unendliche Munition! Ja, die Waffen machen auch gar nicht so viel Schade! Wir müssen Packet punchen! Oh, Junge! Ach du Heilige! Ach du Heilige! Komm rein! Ich liebe mein Sturmgewehr, Digga! Also, mein LMG. Ach, warum? So geil! Kannst du mich heilen? Nein! Oh, Shit, hier ist nicht auf! Okay, die FPL ist auch gleich tot! Ah, Junge! Gott, Digga! Freust du dich dann auf die Playstation 5, das neue Spider-Man? Ja, aber am meisten freut mich auf Demon's Souls. Aber mein Demon's Souls Gameplay, was ich demnächst sehen werde, der wird sich noch auf Youtube beschrecken. Ich nichts, so. Ja, juck mich aber auch nicht, du bist nämlich gleich tot, Anderman. Ja, ich bin jetzt tot. Ja, ich versuch noch zu dir zu kommen, aber das kann ich vergessen, Digga. Ich glaub, das war's, ja. Ja, komm, ich schaff' ihn nicht. Ah! Abfacke, wir sind dran, ich hoffe. Jawoll, ich... Und du bist auch gleich am Arsch, ne? Arsch, Digga! Oh! Oh Gott! FBI ist auch gut. Ja, du bist der Letzte. Oh, Junge! Viel Spaß. Was zur Hölle! Oh Gott! Oh Gott! Weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Situation ist? Egal, was die Troppen... Ich bekomm nichts davon ab, dann komm ich nicht weiter. Ah! Ich hab nur noch 8 Schuss, leck mich am Arsch, Digga! Was zur Hölle! Direkt alle! Direkt alle! Ja, lad schön, Ma. Nee, ich hab schon einen Bonus, dass ich schneller nachlade, Alter. Digga, get on my level, Alter. Ganz ehrlich, Junge. Ich mach so viele Kills hier. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich hab die Waffe... Oh, nein! Aktivieren! Digga, ich level die Waffe nicht mal, die ich hier grad nutze, ne? Boah. Weil ich sie nie mal freigeschaltet hab. Das heißt, all was ich hier mache, ist so umsonst. Juugers! Oh, Junge, das macht so Bock, Alter! Verpisst euch, Digga! Junge, wie viele spawnen denn noch rein, Alter! Junge, reicht das nicht irgendwann mal? Ich dachte, ich hab schon alle hinter mir. Guck dir das doch mal an, Junge! Nee, wir müssen zu zweit den Zombie-Modus spielen. Ich weiß nicht. Ich hänge fest! Oh! Ich blende die Zombies! Junge, du bekommst 10 EP für jeden Zombie, den du blendest, Alter! Nein! Oh mein Gott! Junge, was ist denn das, Junge? Das hört nicht mehr auf, Alter! Unter dir. Ich weiß! Oh, oh! Ich bin tot. Ich bin verlässt! 385 Zombies getötet! 385! Alter! Ich habe 52.555 Punkte gehabt, Alter! Nächste Runde! Ja! Alter! Lass mal jetzt mal eine Du-Runde machen! Ja, auf jeden Fall! Und da war ich zum letzten one!